jo moin leute herzlich willkommen zum bundesliga tippspiel am spiel nach der saison 2018 19 los geht bayern 04 leberkuchen gegen vfb stuttgart 3 zu 1 für leberkuchen gata bsc gegen tschke 1899 hoffnern 2 zu 3 für hoffnern fd augsburg antrag frankfurt 2 zu 2 1 zu 2 1 zu 2 1 zu 2 für Dortmund f3 am münchen gewinnt 5 zu 0 gegen das los wolfsburg gewinnt gegen leipzig 2 zu 1 und das trombacher topspiel live auf sky schalke 04 gegen nürnberg 2 zu 1 für schalke die bremer gewinnen in freiburg 0 zu 1 und die glattpacher gewinnen 3 zu 0 gegen hannover 96 zu hause soo das war's mit dem tippspiel lassen gleich da lassen aber da oben wir sehen uns mit einem bspw 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 bspw